Hey, du machst da jetzt irgendwas weg, ey. Ich bin nämlich gerade hier oben. Ich bin versucht. Ich komme einfach raus. Okay, ich habe das Gefühl, das hier brauchen wir gar nicht. Geh mal raus. Ich gucke einfach mal, wie das aussieht mit so einer Schräge hier. Schlecht. Ja, das glaube ich auch. Aber ansonsten sehe ich nämlich keine... Wir müssen irgendwas mit denen... Oh, scheiße. Oh, Leute, ich liebe. Irgendwas mit den beiden machen. Ah, ich habe es. Ich habe es, ich habe es, ich habe es, ich habe es. Steam, ja, ja, was? Mach mal dein... Eines rotes Hirn. Oder eine Farbe hier und die andere da oben. Wo? Ach so, okay. Und pass auf. Mach es jetzt weg. Und wo soll ich es hinmachen? Weg. Einfach weg. Ah. Nein! Pff. 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 Ich glaube, das ist der richtige Ansatz. Warte mal, ist das Einser anders weg wie das Zweier oder ist das gleich? Das Eins... Sieht gleich aus. Ah, sieht ziemlich gleich aus. Ah, sieht gleich aus. Das ist... Das ist... Verwirrend. Aber du weißt schon mal, wo ich... Ja, ich weiß, was du machen wolltest, aber... Ah, genau. Pass auf. Wenn ich fliege, machst du so eine Wand dahin. Und ich knall gegen die Wand auf die Plattform. Ach so, so wie hier das Gelb oder was? Ja, genau. Pass auf, ich mach erstmal wieder meine beiden Portale hin. Und zwar hier und hier. Und ich geh nochmal hoch. Lass mich mal da hoch kurz. Hä, bist du denn? Lass mich mal da hoch. Da hoch. So, pass auf. Und du machst das jetzt nicht einfach weg, sondern du machst jetzt die Linie dann halt hier hin. Ja, ja, schon klar. Sag, wenn du willst. Ja, ich bin freut. Ne, das geht auch nicht. Ich hätte gedacht, ich fliege höher. Nee, irgendwie, nein. Äh, das ist... ...kompliziert. Warum geht das nicht? Das war eine gute Idee, klar. Das, lass das zählen. Gute Ideen bringen mir nichts. Äh, puh, ja. Hier vielleicht irgendwas, was du noch nicht gesehen hast. Ich bin auch nicht irgendwie weit genug geflogen, dass ich da... ...wieder gegen die Wand geknallt bin, ne? Ich sehe. Ich weiß, dass hätte ich gesagt, hey, ich knall gegen die Wand und Ray. Hey. Ne, hurra. Wenn es nur so einfach wäre. Äh, puh. Neue Idee. Achtung. Lass mich nochmal hoch. Jetzt wird's interessant. Äh. Dann fliegst du von einer Seite zur anderen. Ja, aber ich will Schwung verlieren oder so. Da fliege ich nicht so weit. Weißt du... Du weißt schon, dass du deine Portale hier und hier hast. Ja, dann fliege ich erstmal da hin und her und ich verliere dabei Schwung, glaube ich. Achso, alles klar. Das heißt, ich lass mich erstmal so ein bisschen... Man muss es jetzt bei 1 hin machen. Okay. Weiß nicht, ob... Oh, das sieht nicht so aus, ob ich Schwung verliere. Das ist... Fuck. Pass. Pass. Ja, ich hab's Falsche gedrückt. Scheiße. Das ist verwirrend. Ah! Uh! Ah! Mach mal... Ah! Das Bildschirm gedreht hat mich verwirrt. Stamm. Weiter mal. Ja, jetzt aber. Hä? Irgendwo noch was rein. Das ist nix weg, ne? Nicht, dass ich hier gleich sonst wo lande. Du hast die Dinger gesetzt. Also ich... Achso, ja. Doch, ich könnte's weg. Pff. Hm. 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 macht das portal dass wir zusammen knallen der luft genau dass wir in der luft zusammen knallen moment ich komme erst mal ich mache einen selbst setzt du mal die zwei ja hab ich gemacht so das heißt du setzt zuerst ein hellblau das ist egal welches ist welches ich selbst in dem moment ja bist du bereit nein ganz ja ich glaube dass ich muss halt treffen weiß ja ja das musste das muss die lösung dass mich wieder das machen damit ich deine bei zwei sind ja noch mal das kompliziert ist aber bereit ha ich glaube ich glaube es ist das war echt knifflig CD aber cool so hört sich das doch für das Spiel unsere Lieblingsidee wenn ihr einmal eine Zahl anstelle von Blah hört dies ist ganz und gar unwichtig der heutige Sicherheitsgrund lautet 5,3,3,4,1,8 ja alles klar ich hab nur Blah gehört ja der Sicherheitsgrund wir wissen Bescheid Klados ich hoffe wir dürfen die am Ende deleten ich glaub ich war ich hab glaub ich ein bisschen Ahnung vom Ende aber ich bin mir nicht ganz sicher wir spielen hier irgendwas mit Menschen wir ändern ihre Stimme auf Spongebob also ich hab mir die Endsequenz noch nicht angesehen ich hab ja allgemein so gut wie kaum Let's Plays gesehen aber wenn wir jetzt in diesem großen Raum sind oder war das hier in diesem großen Raum sind wir das ist der Hauptraum nach eurem Kalibrierungstest wollte ich schon eure Kerne demontieren und wieder in die Taschenrechner einbauen aus denen ich sie entnommen hatte aber ihr seid ein echtes Team geworden richtig nahe gekommen seid ihr euch ich kannte mal ein Team das sich noch näher stand aber ich musste einen von ihnen vernichten der andere nun ich glaube vier ist das letzte ein anderes Team Tom und Jerry Spongebob und Patrick also kurz vor der Endsequenz müssen wir in ein riesiges Tor rein ne Transportschächte das ist auch noch kein Glibber transportschächte das sind solche Säulen die dich wohin bringen warte mal steht da schon was zufällig ne aber das sind solche Säulen in denen du schwebst quasi okay cool schweben aber irgendwo ach egal ah da drüben ist doch bestimmt die 5 dann was war das nochmal komm rüber ich will mir das kurz angucken warte mal bevor das waren die Bonusdinger das waren die Bonusdinger stimmt 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 wow wie viel Punkte habe ich eigentlich Minus 527 Minus 387 ich man weiß nicht was genau hier los ist aber gut GLaDOS blöde Fotze na da würde ich mal sagen beenden wir mal hier die Aufnahme warte mal was ist denn das da Umarmung wir haben uns nicht mehr Nummer 1 steht da ja guck mal wie viel mehr gelaufen ich bin wie du ja siehst du ich bin nicht da um dich zu machen komm her komm her Dicken jetzt ein Schmatzer ja das können wir eigentlich das ist auf Kuh ne ja man schnick schnack schnuck ich kann deinen Kopf nehmen du kannst tanzen mach mir den Robot sehr gut yeah die Wave ok ok gut dann würde ich sagen beenden wir mal hier die Aufnahme bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal